Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Mamas Kanal. Heute ziehen wir wieder zwei Gewinner für euch. Ja, ich wünsche euch allen viel Vergnügen und toi toi toi. Jetzt bist du dran. Schon? Nein. Ja, ich wünsche euch viel Vergnügen und ja, hatten wir schon. Schauen wir mal, wer gewinnt. Genau. Schauen wir mal, wer gewinnt. Und wir machen die erste Ziehung. Da haben wir zwölf mitgemacht. Und es geht darum, um die Verlosung von meiner Maskenwoche, also nicht meiner Maskenwoche, aber den Gewinn davon. Da hatte ich ja das Badesalz, wenn ich mich jetzt zurück erinnere, und das Peeling und ich glaube Masken dabei. Ja genau, das ist auf jeden Fall schon mal der erste Gewinn für heute. Und wir drücken allen Teilnehmerinnen die Daumen. Ja. Oder? Ja. Das machen wir. Ich rüttel jetzt einmal richtig durch. Und Monique zieht dann die erste Gewinnerin für heute. Toi toi toi. Und viel Glück. Ja. So, alles durchgeschüttelt und durchgerührt. So, Monique zieht jetzt die erste Gewinnerin. Ich hab schon eine. Du hast schon eine. Tada. Oh, 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 oh. Die auch fleißig wieder mitgemacht haben. Danke schön, ihr Lieben. Im Moment explodiert das ja so regelrecht bei mir. Da freue ich mich echt drüber. Jetzt bin ich glaube ich schon bei 85 Abonnenten auf jeden Fall, als ich das letzte Mal drauf geguckt habe heute morgen. Äh, ich weiß nicht, ob sich da noch irgendwas getan hat. Aber ich freue mich wie... Hola. Ich habe noch welche drin. Das ist schön, dann mach ich noch mit. Ja, ganz beruhig. Ja? Machst du gleich die Ansage auch? Jo, mach ich dann auch. Gut. Schmal weg. Oh. Upsi. Du brauchst mich ja bald hier um gar nichts mit kümmern. Da. Kommst dran? Ja, ich hab sie. Super. Die Frau Lea Munz. Hast du noch jemand? Ja. Bevor wir wieder jemanden vergessen. Irgendwo in der Ecke. Das ist uns ja jetzt schon mal zweimal passiert. Das tut uns leid. Aber wir haben es ja hinterher noch aufgegeben. Ja, wir wollen ja hier keinen bescheißen. Und deswegen alle. Ihre Nater habe ich hier noch. Gut. Dann, ja, packen wir die hier drauf. Wir machen es ja gleich wieder zusammen. Und, ähm, ja, liebe Conny. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Und, ja, morgen wird das Paket dann auf jeden Fall auf Reisen. Gehen zu dir. Ja. Und, ja. Wir sind dann mal jetzt raus von Teil 1. Und sehen uns gleich wieder bei Teil 2. Ja. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Bis gleich. Wir sehen uns dann gleich wieder. Genau. Tschüss. Tschüssi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020